So, ist das nun immer da öfters oder immer da überfeilt, was drum handelt. Ich bin immer so brauchloser wie ich, meinte auch, gib mir ja kein Geld, nur abzocken, die ganze Zeit wird gelauert. Arschloch, nichts, nichts. Ein Verkauf aus meiner Fahrt schon schon Zeit. Jetzt kannst du die Kräuter überraschen. Ach, hier kann ich nicht kriegen, lass nicht mehr rein in den Boxen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020